hi meine youtube fans was wollte ich denn sagen bin gerade so um 18 uhr 19 19 noch was von der bekannten herauskommen also von der isa also von meiner freundin die hat auch jetzt ein youtube kanal seit einer woche zwei oder so von mir ein von mir höchstpersönlich eingestellt das hat sie wollte sie ja unbedingt ich werde euch das nachher auch mal verlinken und sonst was wollte ich noch sagen morgen also bald wenn ihr es heute sieht also am montag den 28 ab werde ich besuch kriegen von meiner ehemaligen oder immer noch case managerin hoffe ich dann werde ich hier noch ein bisschen meine wohnung zeigen nachher werde ich ein bisschen ruf räumen aber sonst habe ich eigentlich nichts vor mir wie wird ihr denn euer weihnachten verbringen wenn ihr das schon wisst weil ich weiß ich gesagt noch gar nicht wie ich mein weihnachten verbringen werde sonst nur eigentlich ich weiß noch gar nicht wie ich mein weihnachten verbringen könnte mir in die kommentare schreiben wie ihr euer weihnachten verbringt mit der familie oder alleine wenn ihr zu hause alleine wohnt oder mit freunden oder mit verwandten ich werde vielleicht ich weiß es nicht mit meiner freundin verbringen bei ihr zu hause wir wissen es aber noch nicht wir wissen es wirklich noch nicht aber sonst eigentlich ich werde irgendwie weihnachten verbringen ich hoffe dass das weihnachten auch schnell rum geht aber sonst eigentlich noch nichts habt ihr eigentlich schon weihnachtsgeschenke gekauft beziehungsweise auch schon dekoriert habt ihr schon weihnachtsbäume oder was auch immer ihr macht am weihnachten weil ich habe ehrlich gesagt noch nichts ich werde hier in meinem zimmer auch nicht dekorieren weil ich weiß noch nicht ob ich wo ich bin ob ich hier in der wohnung bei mir zu hause bin oder ob ich bei ihr bin als bei meiner freundin oder ob ich bei meinen eltern bin ich weiß noch nichts deshalb habe ich hier auch noch nichts gekauft beziehungsweise nicht geschmückt war sonst was wollten sagen sonst zeige ich jetzt noch mal ein bisschen mein zimmer aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr hier ist mein aquarium da ist mein regal das sogar leuchtet das habt ihr ja schon mal im vorigen video gesehen da mein fernseher da mein cd stelle da mein raumteiler da meine pinwand hier ist sogar mein selbstgebauter tisch na scheiße mein selbstgebauter tisch wie gesagt dass wenn ihr das hier sieht das ist ein bettregal aus metall das bau da baue ich mir in dem hinteren teil da ist eine tür wenn ihr das sieht baue ich mir ein kleines regal mit meinem kunsttherapeut da hinten ist auch noch ein tisch selber gebaut habe aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr und sonst die x da ist die kamera hier ist die kamera die ich mir selbst gekauft habe am montag wo ich euch ja schon mal ein video vorbei gezeigt habe gezeigt habe und sonst habe ich eigentlich nichts mehr so wenn es euch gefallen hat würde ich mich auf den daumen hoch freuen wenn ihr wirklich nichts mehr von mir wenn ihr wirklich nichts verpassen wollte oder so würde ich würde ich mich auch würde ich mich freuen auf abonnieren nicht vergessen meint ich können die mich nämlich auch und wenn ihr wisst wie ihr euer zimmer dekoriert oder wo ihr feiert ihr könnt mir gerne auch mal was in die kommentaren schreiben wie ihr feiert weihnachten geschweige denn ob ihr weihnacht feiert weihnachten feiert weil wir euch so der weihnachten die weihnachtszeit so ist und ob ihr dekoriert oder schon dekoriert habe oder geschenke schon gekauft hat es hat nicht gefallen tschüss